Herzlich willkommen bei Cini macht Auge bzw. Cini liest Twitter. Wir sind wieder beim neuen Valdi-Counter. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, worum es geht, einfach die letzten Videos schauen. Ich habe mir einen Valdi gefangen, einen süßen kleinen Dackel, der alles von mir liest, kommentiert und mich versucht, in ein möglichst schlechtes Licht zu rücken. Wir haben auch diese Woche wieder ganz, ganz viele tolle Tweets, die wir mal ein bisschen auch tiefer analysieren werden. Aber bevor wir das machen, schauen wir erst mal, wie die letzte Woche gelaufen ist. Es gibt natürlich den Cini-Counter. Wir gucken, hat Valdi performt? Ist er zur alten Stärke wieder gekommen? Was hat er diese Woche gemacht? Wir gucken einmal nach. Los geht's. Wie hat Valdi diese Woche abgestimmt? Oh, starker Start. Kann er das bis zum Ende durchhalten? Manchmal ist es ja so beim Sport. Wenn man zu schnell startet, dann verliert man hinten raus die Luft. Oh, das ist gut, das ist gut. Über 20, über 21. Das ist ein klarer Win. Ich habe mir gedacht, alles, was über 21 Tweets die Woche liegt, sollten wir als Win deklarieren, denn das heißt, dreimal pro Tag hat Valdi ein schönes dickes Häufchen in meinem Namen abgesetzt. Doch wie erfolgreich war denn das letzte Video über Valdi? Über 7000 Aufrufe, 64 neue Abonnenten und 33 Euro an Werbeeinnahmen. Dazu kommen natürlich noch die besten Zuschauer aller Zeiten. Seit letztem Dienstag sind 268 Euro Donations reingekommen, die irgendwie das Wort oder den Hashtag Valdi mit drin hatten. Das heißt, knapp 300 Euro habe ich unserem schönen, lieben, kleinen, fleißigen Dackel zu verdanken. Und weil ich ein sehr sozial eingestellter und gar nicht mal so geldgeiler Sack bin, habe ich mir gedacht, das Geld muss investiert werden in mich und meine Freunde. Ich gehe von der Kohle natürlich essen. Diese Woche hat mal wieder davon profitiert, die liebe Melli. Es gab Asiatisch. Ich habe bei Twitter gefragt, welche kulinarische Reise ich denn antreten soll. Es gab zur Auswahl Asiatisch, Arabisch, Italienisch. Mit 39 Prozent hat dann Asiatisch gewonnen. Es war sehr, sehr lecker. Das letzte Valdi-Video hat schon wieder über 30 Euro zusammengebracht. Auf Twitter habe ich gefragt, was wir essen sollen. Ihr habt entschieden, es wird Asiatisch. Du hast zwar keinen Geburtstag, aber du hast schon wieder Glück. Schon wieder Hunger. Schon wieder Hunger. Deswegen gibt es für uns beide jetzt Lecker Asiatisch. Danke, Valdi. Ihr seht also, das Konzept mit süßen Hunden und Katzen im Internet Geld verdienen. Es funktioniert. Trotzdem heißt diese Sendung natürlich Cinelease Twitter. Und das machen wir jetzt. Im Übrigen habe ich mich dafür entschieden, die Namen der Nutzer nicht mehr zu verpixeln. Warum genau, das erkläre ich gleich. Es hat auch etwas mit diesem Tweet zu tun. Wir lesen mal. Der Nutzer Aggehaggele schreibt. Wie steht es eigentlich um deine eigene Moral, wenn du einen Menschen verbal zum Hund degradierst? Sonst bist du immer derjenige, der wie ein Köter bei der kleinsten Mikroaggression lautlos kläfft. Ich muss gestehen, ich finde diesen Tweet sehr lustig. Da steckt jede Menge Ironie drin, wenn man mal genau hinschaut. Auf der einen Seite bin ich anscheinend derjenige, der einen Menschen zum Hund degradiert. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Köter, der bei der kleinsten Mikroaggression loskläfft. Äh? Ja, ist natürlich irgendwo Doppelmoral mit drin. Nichts erstotrotz habe ich mir die Frage auch wirklich selber gestellt und bin zu folgendem Fazit gekommen. Ja, die Degradierung zum Tier hat natürlich einen Beigeschmack. Um das wieder aufzufangen, habe ich Baldi aber extrem putzig gestaltet und ihm den positiv klingenden Beinamen der aufmerksame Beobachter gegeben. Ich denke, so ist klar, dass da keine Böswilligkeit hinter steckt. Und das ist auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, die Nutzernamen nicht mehr zu verpixeln. Mir ist völlig klar, wir machen hier einfach nur Good Vibes Only, pure Unterhaltung, nur etwas Positives, keine Aggression, kein Hass. Da muss man auch keine Namen für verpixeln. Trotzdem hatte die Person natürlich jetzt diese moralische Frage gestellt und damit natürlich zwei meiner größten Fans auf den Plan angerufen. Politmo klingt sich ein und sagt, ich denke, ihm ist die Moral total egal. Hätte jemand ihn zum Hund gemacht, würde er von Entmenschlichung und Nazimethoden reden. So ist es einfach nur einen Witz. Und Baldi bestätigt natürlich, ich finde es gut, so gehen mir die Folgen König-Doppelmoral nicht aus. Interessanter Move, mir erst etwas zu unterstellen, um es dann zu bestätigen, was ich selbst so nie gesagt habe. Wäre das denn wirklich so, würde ich mich beschweren, wenn man aus mir einen lustigen, kleinen, süßen, putzigen Dackel macht. Ich kann natürlich jetzt alles behaupten, aber ich sag mal, nö, würde mich nicht stören. Denn das ist ja etwas, damit habe ich überhaupt kein Problem. Macht aus mir irgendwelche Comicfiguren, macht aus mir lustige Memes, alles gar kein Problem. Man muss wirklich genau hinschauen, wo steckt denn Böswilligkeit drin? Und diese immer wieder Erwähnung von rechtspopulistisch und so, das ist natürlich etwas Böses, weil damit will man den Ruf schädigen. Ich glaube nicht, dass mein Ruf irgendwie in irgendeiner Form geschädigt werden würde, wenn man aus mir einen süßen, kleinen, putzigen Dackel macht oder irgendein anderes Tier. Ich bevorzuge ja eine Katze, eine süße, kleine Sini-Katze. Ich glaube, dass niemand jemals dann auf eine süße, kleine Sini-Katze aufmerksam werden würde und sagen würde, oh, was ist da denn? Mit dem rede ich besser nicht. Es gibt immer so ein paar Wörter, es gibt so ein paar Richtungen, in die sollte man Leute nicht framen, vor allem, wenn klar ist, dass die Menschen das nicht sind, sich davon absolut distanzieren und es nur geht, nur darum geht, dass man das ja macht, um eben den Ruf von Menschen zu schädigen. Also das ist ziemlich eindeutig. Also der Vorwurf, den Politmo hier bringt, den kann ich ganz klar entkräften. Jetzt wird das Ganze aber ein bisschen heikler. Es gibt einen Tweet, der schon ein bisschen heftiger ist von einem Nutzer, der mittlerweile auch deswegen schon gesperrt ist. Da fackelt Twitter nicht lange. Der bezog sich auf ein Video mit Polytopia und diese Person hier schrieb, ich finde, man sollte ihn, also Polytopia, in die Ukraine schicken, damit die den dann da erschießen. Ja, ich habe es gerade noch erklärt. Das ist genau der feine, aber kleine Unterschied zwischen wir haben ein bisschen Spaß im Internet. Wir machen uns vielleicht auch mal so ein bisschen lustig über jemanden und wow, nein Leute, nicht okay. Leute in den Krieg wünschen und hoffen, dass sie dort erschossen werden. No go, nicht machen. Und was macht unser lieber Valdi? Er liked genau diesen Kommentar. Er gibt einen Daumen nach oben. Er sagt, das finde ich gut. Ja, bitte Polytopia in den Krieg und dort erschießen lassen. Jetzt muss man fairerweise aber auch sagen, das Schlimme ist, so ein Tweet zu schreiben. Sowas zu liken, ja, ist ein bisschen daneben, aber ist nicht das Gleiche wie sowas zu schreiben. Ja, also da differenziere ich doch sehr, sehr stark. Man kann auch mal, keine Ahnung, ausrutschen oder zwei Bier zu viel getrunken habe. Liked man irgendeinen Quatsch? Das kann auch dem guten Valdi passieren. Ich achte immer darauf, dass in seinem Schältchen kein Alkohol ist, aber wir wissen es ja nicht. Das heißt, das kann mal passieren. Ich habe dann noch versucht zu intervenieren. Ich meine, Valdi ist in meiner Obhut. Ich habe da auch einen Erziehungsauftrag. Das heißt, ja, wenn Valdi so einen Quatsch liked, das fällt natürlich irgendwie auch auf mich zurück. Deswegen habe ich gesagt, uff, pfui, Valdi, pfui. Ja, also aus. Ich bin nicht so gut in Hundeerziehung. Da müssen wir mal gucken, wie wir das gemeinsam gestemmt bekommen. Aber so ganz unkommentiert wollte ich es dann auch nicht stehen lassen. Nicht alle Nutzer sind da so entspannt wie ich, was den Like des Kommentars anbelangt. Man hat dann Valdi schon gefragt, was soll das denn? Wieso likest du einen Todeswunsch? Das geht ja doch ein bisschen zu weit. Also es wurde ein bisschen ungemütlich für Valdi. Jetzt hat man auch gemerkt, es haperte dann doch etwas mit der Artikulation. Hier versuchte Valdi mal wieder irgendeine Art von Kontaktschuld zu formulieren. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Irgendwelche Nutzer, mit denen ich vielleicht irgendwie mal was zu tun habe oder bei denen ich im Stream auftauche, sagen etwas und dafür muss ich mich dann rechtfertigen. Es ergibt keinen Sinn, genau. Der Nutzer Brolet fragte dann auch Valdi, warum ist Sinan an Politopias Ansichten schuld? Und ich sagte ja bereits, Valdi war schon irgendwie ein bisschen in die Ecke gedrängt und dann kam einfach nur ein, was bieten du für ein Trottel? Aber keine neue Folge von Sinilis Twitter ohne meinen kompletten Namen. Denn nach der letzten Folge Sinans Woche war es mal wieder soweit, Valdi konnte nicht anders. Er schreibt, der rechtspopulistische YouTuber Sinan Kurturush aka Sinans Woche behauptet, YouTube würde ihn aufgrund von AfD-kritischen Content demonetarisieren. Schauen wir doch mal nach. Eins von vier. Ich habe da mal einen Thread gemacht. Also er bezieht sich da auf einen Tweet von mir. Ich hatte meine Folge beworben mit den Worten Boom, jetzt bei Sinans Woche. Leider mal wieder keine Monetarisierung. At YouTube mag man wohl keinen AfD-kritischen Content? Das Ding ist, ich kann mir natürlich gut vorstellen, warum die KI mein letztes Sinans Woche Video zunächst für Werbe ungeeignet eingestuft hat. Und es liegt natürlich nicht primär daran, dass YouTube keinen AfD-kritischen Content möchte. Das war natürlich eine leichte Provokation an YouTube, damit die mal ihren Algorithmus bzw. ihre KI überarbeiten. Aber so weit denkt Valdi nicht. Valdi geht jetzt in die Analyse. Mach ich denn wirklich AfD-kritischen Content? Na, da gucken wir doch mal, was der gute Valdi da herausgefunden hat. Also die letzten Wochen gab es keinen AfD-kritischen Content. Moment, also wir haben jetzt hier vier Videos, eins davon AfD-kritisch. Okay. Also kein stimmt ja nicht, sondern eins von vier. 25%. Aber Valdi geht natürlich noch viel, viel tiefer in die Analyse. Und jetzt wird es wieder etwas obsessiv. Valdi ist alle Videos der letzten zwölf Monate durchgegangen und hat eine Strichliste geführt. Da hat er bei einer Zeit. Also er hat gezählt, wie oft zum Beispiel ich Woke kritisiert habe. Ganz viele Striche. Dreimal, viermal, keine Ahnung, Böhmermann, zweimal Klima, einmal Geld. Oh, viele Striche für AfD. Dann Menschenrechte, zweimal Querdenker, zweimal Bundesländer, Silvester. Okay, das wirkt alles ein bisschen random. Aber wir sehen, das zweithäufigste, was ich im Grunde kritisiert habe, war die AfD. Hä? Also da macht er sich schon so eine Mühe und seine Statistik bestätigt bzw. widerlegt das, was er selber gesagt hat. Und damit kommen wir zu einem Phänomen, das mir besonders bei so Internetaktivisten-Wokies sehr stark auffällt. Man könnte es auch unter der Formulierung zusammenfassen, you're never woke enough. Denn wie wir eben gesehen haben, war das zweithäufigste Thema Kritik an der AfD. Aber was macht Valdi daraus? Macht auch vielleicht mal nur AfD-kritischen Content, Siemamm, statt nur Böhmermann, ÖR-Wokies. Mal gucken, wie schnell die Monetarisierung wieder da ist. Und das Krasse an diesem Statement ist eigentlich, dass er selber gar nicht checkt, wie dumm das ist. Wie ich sagte, man ist niemals woke genug. Da ist schon das zweithäufigste Thema auf meinem Kanal Kritik an der AfD, aber es reicht nicht. Für Valdi muss es nur AfD-Kritik sein. Dann hätte ich das Recht auf Monetarisierung. Und wie gefährlich und verstörend ist diese Aussage eigentlich? Ich glaube, er hat mal wieder gar nicht begriffen, was er da eigentlich sagt. Valdi beschreibt hier im Grunde ein Szenario, was wirklich, wirklich sehr bedenklich ist. Im Grunde sagt er und er befürwortet das, wenn ich nur den Content produzieren würde, der auf der Plattform, wo ich meine Videos vertreibe, gern gesehen ist, dann würde ich ja meine Monetarisierung zurückbekommen. Und das ist so falsch. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Denn das heißt, ich kann gar keinen freien, selbst entschiedenen Content machen. Das heißt, ich würde nach den Spielregeln von YouTube arbeiten. Das ist natürlich auch irgendwo in dieser ganzen Kette so. Aber das ist etwas, was man zu kritisieren hat. Das ist nicht etwas Positives. Das ist dieser klassische Fehler, dass man denkt, wenn eine Autorität das gute Verhalten fördert und schlechtes Verhalten bestraft. Ja, und wer entscheidet, was gut und was schlecht ist? Wer entscheidet, was kritisiert werden darf und was nicht kritisiert werden darf? Das ist ganz, 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 ganz autoritäres Denken, weil die hier wieder an den Tag legt. Und ich kann noch mal ganz kurz erklären. Ich weiß natürlich, warum das Video zur AfD jetzt nicht monetarisiert wurde. Das ist eigentlich ganz einfach. Erstens, es geht um die AfD. Die AfD ist nicht sehr beliebt bei Werbepartnern. Da sagen schon mal ganz viele, es geht um die AfD. Nee, da möchten wir keine Werbung schalten. Dann hatte das Video auch noch das Problem. Es ging also um Waffen und um die AfD. Beides Themen, die für Werbekunden einfach nicht so prickelnd sind. Bei einer Überprüfung des Videos stellen sie natürlich dann fest, beziehungsweise ein Mensch stellt dann fest, ja, das sind zwar die Themen, aber es ist ja nicht gewaltvererlichend und es ist natürlich AfD-kritisch. Und bei AfD-kritischem Content ist es dann auch so, dass die Werbepartner dann doch wieder sagen, nee, bei solchen Videos wollen wir natürlich doch irgendwo stattfinden. Das Problem ist hier einfach die KI, die das nicht unterscheiden kann. So clever sind die dann leider immer noch nicht. Aber ich sag's euch, dieser Tweet hat's in sich. Da steckt so viel gefährliches, hochautoritäres Gedankengut drin. Und das Schlimme ist wirklich, dass Valdi, während er das schreibt, nicht mal checkt, wie katastrophal die Welt ist, die er hier beschreibt. Die letzte Konversation, die wir uns anschauen, zeigt auch nochmal sehr schön, was Valdi im Grunde für einen tiefen Hass in sich trägt, also vor allem mir gegenüber. Er traut mir wirklich sehr, sehr schlimme und böse Dinge zu. Ich weiß wirklich nicht, wieso. Es ging mal wieder um den komplett eskalierten Krieg zwischen TERFs und LGBT-Aktivisten. Dazu schrieb der Kommunadischer, selbst der oft zitierte Kick-Turk, in einer Straßensituation, wo irgendwelche Faschos eine Transperson anmachen, ich glaube, auf den könnt ihr euch da eher verlassen, als auf viele der Maulhelden hier, sagt mir meine Menschenkenntnis zumindest. Das Szenario, was hier diskutiert wird, ist eben, würde man in einer realen Situation, wenn ein paar Faschos eine Transperson angreifen, dazwischen gehen, ja oder nein. Und es geht letztlich darum, zu zeigen, auch wenn man sich bei Twitter mal ordentlich die Meinung geigt, ordentlich Argumente gegenseitig an den Kopf haut oder auch mal beleidigt, dass, wenn es hart auf hart kommt, und der Überzeugung bin ich auch, dass da immer noch viele Menschen sind, die helfen würden, ja. Und deswegen habe ich mich da einfach mal mit eingeklinkt und habe Folgendes geschrieben. Kenne Kick-Turk nicht, aber wenn wir schon bei Einschätzungen sind, würde ich da mitgehen. Glaube, am Ende ist er, genau wie die meisten anderen auch, jemand, der Gewalt ablehnt und eher Hilfe leistet, als wegzuschauen. Er selbst hatte sich dann auch eingeschaltet und geschrieben, ich füttere sogar Straßenkatze in der Türkei und versorge sie mit Wasser, sie lieben mich. Okay. Es ging einfach darum, einfach mal ein reales Szenario zu beschreiben und auch mal klarzumachen, ja, man würde da wahrscheinlich helfen. Und was machen Valdi und seine Freunde daraus? Der Affe mit DSL, ein Spielkamerad von Valdi, schrieb dazu, ist eine ziemlich abgefahrene Aussage. Du glaubst also, dass jemand, der sich mit der Lebensrealität von marginalisierten Gruppen beschäftigt und versucht, Sensibilität dafür leben und herbeizuführen, schlechter Zivilcourage auf der Straße leisten könnte, als jemand, der im Netz abhitlert. Ab-hitlert. Weißt du, da versucht man einfach mal klarzumachen, ey, guck mal, wir streiten soziale, aber am Ende sind wir doch alles anständige Leute und wir würden uns gegenseitig helfen. Ja, das ist so ein bisschen so, man streckt mal eine Hand aus, man versucht mal irgendwie den größeren Zirkel, um alle zu ziehen. Nein, du hitlert ab. Aber unser Valdi geht natürlich noch einen Schritt weiter. Er schreibt, du meinst, indem er die Transpersonen mit verprügelt, ja, das unterschreibe ich. Kommt da noch was? Aber wie kommt man auf die steile These, dass ausgerechnet Zinis Schisslord, der tagtäglich Transmenschen beleidigt und abwertet, plötzlich Courage für die zeigen würde? Der würde mit drauf prügeln und Zini würde drüber lachen. Aber sonst? Und da stellt sich mir wirklich die Frage, glaubt ein Valdi das selbst oder ist das auch wieder nur ein ganz, ganz, ganz perfider, ekelhafter Diffamierungsversuch? Also auch wenn mir Valdi am Ende scheißegal ist, um das hier einfach mal einmal klarzumachen. Ich würde immer Leuten helfen, die in Gefahr oder in einer Notlage sind. Und es ist mir scheißegal, ob die trans sind, ob die schwarz sind, ob die weiß sind, ob die klein sind, ob die groß sind. Ich würde sogar religiösen Menschen helfen, ja, und von denen halte ich wirklich nicht viel. Aber, und darum geht's, es gibt so ein paar absolute Basic-Werte, ja, Menschen in Not hilft man. Die ganzen restlichen Fragen, die Debatten, diesen ganzen Streit da irgendwie, das ist doch in dem Moment völlig egal. Und da frage ich mich wirklich, ist Valdi so krass in seinem Lager denken, dass er das wirklich nicht mehr glauben kann, dass er wirklich davon ausgeht, dass das Leute, die vielleicht irgendwie ein Problem mit dem Selbstbestimmungsgesetz haben oder so, dass die so krank und krass drauf sind, dass die nicht helfen würden. Glaubt er wirklich, ich würde lachen, wenn jemand irgendwie bedroht oder verprügelt wird? Was ist denn das für ein Menschenbild? Was stimmt denn nicht mit dem? Valdi, komm doch mal her. Lass dich doch mal drücken. Also wie gesagt, es gibt nur zwei Optionen. Entweder er glaubt das wirklich, das wäre sehr beängstigend. Oder es ist mal wieder ein ganz, ganz ekelhafter Diffamierungsversuch. Tja, wir wissen es nicht, aber es gab jede Menge Learnings, fand ich diese Woche mal wieder. Das heißt, danke an Valdi auch bei so bescheuerten Aussagen, weil auch daraus kann man was lernen. Ich bedanke mich bei euch Zuschauern für eure Unterstützung. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich glaube, ich habe sehr viel geredet und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Schock. Schock. Chock.